Ich dachte schon, du verpenst es jetzt, Junge. Ach, Quatsch. Als ob mir das passieren würde. Ja? Nee, ist mir noch nie passiert. Ja, Assi. Ich baue dir gleich eine. Komm her. Wo ist ein Troll? Ja, scheiß auf den Troll, der will keiner. Vielleicht hast du bloß das Geräusch gemacht. Ja, das war ich, ich hab mich gefreut. Ich hab mich gefreut, wie so kleine Schulmädchen. Das denke ich mir auch. Du Birne! Und du willst ja jetzt einfach rüber in, ja? Alter, ist das einfach. Klima, dass du so schlecht bist. Bist du etwas schlecht im Weger? Ja? Sagt bei der ganze Woche rumheulen. Äh, mich schießen wir immer ab. Äh, ich bin ne kleine Pussy. Ein Tragbarer hat mich, du dreckige Pimmelfresse. Wisst du mich nicht, das ist halt von hinten. Das heißt allerdings auch, ich renge jetzt da einfach hin, damit ich da safe bin. Oh, vor uns! Ja, ganz schön. Hier. Ja, hab's gesehen. Ja, hab's gesehen. Ich seh ihn auch, ich knall den gleich weg. Hier noch hin. Ach, Mann. Wo sind denn seine Mates? Ich krabbel die mitten am Weg rum. Die sind ja immer noch an der Fußzung, also eh noch, waren noch an der Fußzung dran. Die Veranda. Ja. Die reißen ein. Ich klicke ein bisschen ab. Mit was? Doch. Oh, fuck, Mann! Diese Dreckswaffe, Alter! Hast du Gott, dein Ernst hier wissen, Alter? Warte, ist das jetzt gerade wirklich dein Ernst? Wer sind denn? Meine Ohr? Ja, dein Ernst. Wie kann man denn so behindert sein und neben den Typen rumstehen? Zack, Nummer zwei. Lull? Lull? Da schießt hier immer der Schrot ab. Wenn man da eine Schrot hat und theoretisch tun ist. Da trau ich mich immer sehr schnell an. Ne, schießt da jemand mit was Schallgedämpften auf mich? Ne, das wird schon ein ganz Fett war für sie. Das ist ein Müll-Sack. Da ist er. 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 Ich bin nicht mal so schlecht für ihn, der sich neben einem Gegner genauer hinaus tut. Komm hier, der war gut. Wie kann man so behindert sein, Alter? Der war doch gut, oder nicht? Das kann ja mal passieren. Und ich dachte, ich habe ja auch nicht erst, wo ich gestorben bin, auf den Namen geguckt. Ich dachte, ich gucke gerade einen Gegner zu. Ich dachte, okay, die zwei stehen nebeneinander. Und dann sehe ich erst mal, dass du das bist. Habt ihr mal Mau gespielt, oder? Wir haben uns auf jeden Fall gut verstanden, muss ich sagen. Okay. Ein Tragmacher hat mich. Das interessiert mich nicht. Ich bin tot. Ah, drüben auf der anderen Seite, alles klar. Ich muss mich dann verpissen. Hast du jetzt alle gelootet? Ne, plus... Lost. Ich kann wohl denn so viel Scheiß hier rumliegen lassen. Lichte hin. Also. Oh. Kommt der. Hey, sag mal. Ich bliege. Trotzdem konnte ich Schaden. Jetzt nicht mehr. Du bist gerade offen. Ich kriege wieder Schaden. Ich kriege immer noch Schaden. Ich kriege Schaden. Ich kriege Schaden. Ja, sicher. Weil ich dachte, es ist vorbei, aber... Das hörst du noch, dass es nicht vorbei ist. Hä? Was hast du denn? Ach, Mann. Das ist eine schöne Waffe. SVU. Das bugt dann bei mir aber auch immer so ewig rum hier. So eine Scheiße. Was will ich denn mit Schrot-Munition weg mit dem Rotz? Die schießen immer noch von drüben auf mich. Na gut, dann gehe ich jetzt zu dem Exit. Und nimm mal deinen Ping weg. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich meine auch. Ach, ja. Das war jetzt meins Wort. Ja. Renn doch, du Pissbirne, Alter. Renn, Bitch. Ach, der läuft ja manchmal aber auch nicht. Das hasse ich. Das hat aber auch immer, dass er übel spät losläuft erst. Hat aber auch mit seinem großen Penus zu tun. Ja. Ja. Ist der Sigi weit weg von mir? Ja. Gut. Der ist noch höher, wo der Safer ist. Also ganz weit. Ich weiß, was wir gestern mal wieder eingeschaut haben. Ja. Übel viel gegangen. Enemy at Gates. Kennt das? Ja, das ist doch so ein zweiter Weltkriegsfilm mit Scharfschützen, ne? Ja, genau. Ich hab vorhin gesehen, dass es da kostenlos ist. Da hab ich mir so geil. Guck sie dir mal an. Hab ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Ja. Haha, ihr Wichsfressen. Ja. 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 Ja.